Bist du bereit? Ja, Mann! Sag doch, Lauter! Ja! Mit Daniel, ich fick, Mann! Das ist Kingster! Er gehört zu mir. Also gehört er auch zu uns. Wedding Tigers, das ist meine Gang. Türken, Araber, Kurden, die sind alle hier eine Familie. Willkommen im Wedding, Habibi. Woher kommst du? Skirting hergezogen. Ich bin Kingster. Kingster! Der ist gar nicht mein Typ. Kingster! Stimmt, ist das dein Juwelier überfallen? Der Jude lief. Ihr wisst doch ganz genau, dass die Juden das meiste Geld auf der Welt haben. Warum glaubst du nicht an Rat? Was bringt das, wenn wir in die Moschee gehen und zu Gott beten und am nächsten Mal verprügeln wieder irgendwelche Leute? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir, Dicker. Was hast du für ein Geheimnis? Ursache, du bist kein dreckiger Jude. Hab ich Schlappen oder was, Mann? Wieso werden Juden gehasst? Und wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt? Es ist egal, wo du auf dieser Welt bist. Wenn man sagt, dass man Jude ist, wird man immer anders angesehen. Er ist ein Lügner. Willst du einen Juden in der Familie haben? Wir verlieren unser Gesicht. Religion, bleibt Religion. Bei Liebe ist Religion. Scheißegal. Es gibt einen Grund, warum meine Eltern aus dem Iran geflüchtet sind. Es gibt auch das Sprichwort einer Sorgen ist besser als ein trockener Jude.